So, herzlich willkommen zu dem allseasonlichen Update-Video zu den Rewards. Es ist mittlerweile 2.80 Uhr, die Server wurden gefixt nach 2 Stunden. Und jetzt können wir uns die Rewards anschauen. Und ich habe natürlich alle Rewards bekommen. Und es gibt, wie wir jetzt unten links sehen, die ganzen Banner. Die wurden ja einmal vorgestellt in Dragon Designer-Mand Schlicht. Weil die Community gesagt hat, ja, die Dragons sind an sich gar nicht mal so nice. Und dann hat Sanix eben die noch nachgeschoben. Und die können wir uns dann anschauen. Jetzt haben wir jetzt die Banner, die wir bei Thorn unten angezeigt haben. Hier haben wir Bons to Dragon und Bons so normal. Ich finde die normalen hat sich viel cooler. Also die sind halt schlicht. Die sind so hier animiert, das sieht auch ziemlich cool aus. Sieht gerade aus im ersten Mal. Wobei hier der Tag eben nicht ganz so nice ist, finde ich. Weil der da sonst drüber ist. Finde ich das hier schlicht irgendwie besser. Weil der nicht über dem Schwanz von dem Drachen ist. Der normale Champion. Ah, das ist der Drachen. Okay, das ist Champion. Champion. Dann haben wir Diamond. Gold. Gold hat auch einiges, etc. Wobei das sieht auch ziemlich cool aus. Das ist das Diamond-Ding. Das Gold ist dann schon fast wieder ein bisschen zu wenig. Grand Champion sieht dann auch gut aus. Aber die Sache ist halt mit dem Titel. Der ist halt ein bisschen da drüber. Finde ich jetzt nicht ganz so cool. Der kann einiges, finde ich. Okay. Platinum. Silver. Silver ist ganz schlecht. Okay, Pongster ist hier oben, gut. Und hier sind die alle anderen Common Player Banner, die man durchs normales Spielen bekommt. Hab ich auch schon wieder freigestaltet. Man kann übrigens auch die Farben davon ändern. Also wenn wir jetzt hier, muss ich eben hier nochmal durchgehen. Seht ihr die Anrolle. Was ich ganz cool fand, ist hier Outflame. Da kann man hier die Farbe davon ändern, wäre Default. Auch ziemlich cool. Oder hier in Grau. Passt natürlich, also in Weiß, passt natürlich dann besser zum Avatar. So kann man hier halt alle verschiedenen Farben anmachen. Das geht dann natürlich bei dem hier nicht. Da ist das Ding noch gar nicht. Sonst gibt es den Season 5 Grand Champ Titel. Da hängen wir es aber noch ein bisschen hinterher. Das heißt, ich hab's noch nicht. Aber das ist halt Season 5 Grand Champ. Hier ein weiterer Titel. Demo guck ich dann auch noch. Und ja, das war soweit die Banner für Season 5. Also die Season 5 Rewards. Wir können hier nochmal eben in ein lokales Match gehen. Und dann sieht man das auch mit dem Banner. Wenn man jetzt ein Tor schießt. Hau für Shit. Wir kommen ins Data League. Seit dem Update sind es wohl das Game ein bisschen laggy. Bei Leuten, die viele Friends haben. Jetzt haben wir hier unten den Banner. Scored by Well, den Titel und den Banner dazu. Und ja, das sind die Banner von Season 5 Rewards. Und das war's mit dem Video. Sorry, dass es ein bisschen leise war. Aber es ist halt 3 Uhr nachts und Leute wollen schlafen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.